Da ist nix drauf. Jetzt haben wir zwei von neun Kisten. Das ist ja auch noch nicht sonderlich viel. Oh, hier rechts. Unter uns. Ist etwas. Oder ist das unter uns? Ne, unter uns. Wir werden nicht geheilt vorher und da ist Belladonna. Alles klar. Stopp! Komm nicht weiter! Obwohl, du willst mich, sie in die Flamen zu holen. Nein! Es gibt noch mehr von dir? Das ist noch nicht vorbei. Oh, sie ist... ...hurt. Sie ist unbewusst. Aber wir können sie nicht in diese Schmerz-State für lange. Belladonna hat sie. Sie haben etwas geschafft, aber... ...Jessica hat sich den Schmerz-State für lange. Sie Körper und der Körper sind beide auf ihre Grenzen. Sie braucht eine Reste. Sie braucht eine Reste. Sie müssen nur mit ihr, sieh zu holen. Sie können sie zurückkommen, jesicke. ... ... ... ... ... Glückwunsch! Ich habe die Mädchen gegründet, damit ich ihre Leben verbrechen, um die Manastone zu verbrechen und uns näher nach dem Sanctuary zu bringen. Aber du hast diesen Plan gegründet. Glückwunsch, ich benutze die Säule von Bill und Ben, in der sie. Danke für sie verbrechen und mir eine Alternative. Wir sind ein Schritt näher nach dem Sanctuary. All heil, seine dunkle Majestät! Oh nein, sie hat die Energie aus der Strecke verlassen. Ich weiß, dass Belladonna versucht, das Portal zu öffnen. Genau wie die Altanen. Alle sind nach der Säule. Dinge gar nicht möglich sein können. Wenn die Säule der Manna fallen in die Schmerzen, ein Manna-Tree wird sterben. Ein Manna-Präschen wird verbrechen. Dann werden die Benavidons verlassen. Wir können das nicht passieren lassen. Wir müssen die Elemente finden und öffnen das Portal, bevor das Schmerzen stirbt. Wir brauchen diese Säule. Lass uns das machen. Oh! 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 Ich höre dich! Die Frau von der Royaltyp aus der Feuerstunde. Geh mit dir mit dir. Dann können wir sie alle bezahlen. Nein! Haha! Sie wird es bekommen. Den haben sie cool im Gesetz. Wir haben noch nichts gesehen. Haha! Kräfte für Feuer der Elemental Salamander erhalten. Na, alles klar. Du hast den Zug auf Salamanders Kräfte. Kannst du Feuer der Elemental hinsetzen, indem du den Fähigkeiten im Abschnitt der Ausbildung der Handpunkte zuweist. Einige Beispiele für Feuermagie. Flammsäbel verleiht der Waffe einem Verbündeten in den Feuer-Elemental-Schaden. Stärkung erhöht den Schaden, äh, den Angriff an den Verbündeten und Feuerball verursacht. Und Feuer-Magie-Schaden, alles klar. Search for the next Manistone! Komm schon! Können wir woher weniger heiß? Du wirst die Klasse wechseln? Darf ich nochmal wechseln? Try to switch your Klasse. Klasse wechseln. Okay. Darf also noch nicht wechseln, alles klar. Und jetzt höheres Level für haben. Level haben wir keins über, im Moment, nirgendswo, ne, ne. Alles klar, gucken wir eben kurz auf Gegenstände, die wir haben. Haben wir noch... ...und dann gehen wir mal. ...und dann gehen wir hier hin. ...und dann gehen wir mal. Kann ich gar nicht nutzen, so. Okay, alles klar. Gut, mehr kann man hier nicht machen. Ernsthaft? Das ist es schon gewesen. Naja, gut. Im ganzen Bereich, den ich noch nicht betreten kann. Aber okay. Mir geht es ja auch erst mal darum, dass ich die Elementare nur finde. Und dann erst die Steine. Deswegen, die Steine kommt ja, glaube ich, erst später nochmal. Ich bin jetzt gar keine Gegner mehr, ne? Alle weg. Aber ich habe auch nirgends so eine Kiste übersehen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil das war ja sehr geradlinig hier. Und nur zwei Kisten, ey. Das ist krass wenig. Aber ich habe immer den Kaktusratz gefunden. Da bin ich froh drüber. Ich kann natürlich auch einfach das Seil benutzen, aber... Das empfinde ich jetzt langweilig. Außerdem kann ich so wirklich nochmal überprüfen, ob ich nicht wirklich noch irgendwas übersehen habe. Aber ich sehe hier tatsächlich... Nö. Oh. Gegner. Na dann. Da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt. Oh, Rookie! Ah! C while doing cool! Fade it! Oh no! Was ist die Zufahrir? Ja, da war ich das! Ja, da war ich das! Es ist auch der Zufahrir! Ah, war ein Roller! Da war ein Bein! Es ist nicht schrecklich! Es ist schrecklich! Es ist schrecklich, nicht schrecklich! Ja! Power! Uh oh! One down! Run! Ha ha ha! Of course you won! Need to be able to shoot! Run! Where are they going? Power! Careful! It's the enemy! I'm on the job! Is this it? Oh no! On it! Yes! Yeah! Yeah! Run! Haha! That was easy! Ja, was wohl dahinter ist? Hm. So, gespeichert haben wir. Oh Gott! Weiter geht's. Jetzt muss ich eh wieder durch die Wüste oder? Ja, wahrscheinlich schon. Dann kann ich andere Kitzel noch mal suchen. Unfall. Oh Gott! Na. Wuchteling. Bist nod sch�ts. Bist endstege. Bist endstege. So, shuff is dann ein bisschen zu. Das war's. Ich glaube, wir werden stärker werden. Ich bin ein Feuerball! Der Raum fliegt mich! Es ist magisch! Wir halten zurück! Wir halten zurück! Wir halten zurück! Alter, bin ich eigentlich dumm oder so? Stell dir schnell an seinem Ding auf, als ich... mein. Also... ...fange ich, dann schüttel ich mal. Wollt man sicherstellen, hier ist keine Kiste, nein. Was ist das? ok, klingt ein paar level up hier so, da kommt nichts mehr oh ok Alter, halt, ich hab doch einen Blick. Aua. Wieso drück ich mir den falschen Knapp? Ich glaub's nicht, ey. Okay, wir siegen, wir sind alle. Gut, dann haben wir das auch. Dann gehen wir jetzt hier lang. Aber hier ist nix. Da ist auch nix. Nein, wir wollen jetzt nicht gegen die Kämpfen, danke, weiter. So, dann kommt der Alakant. Sehr gut. Sehr gut. What a joke. What a joke. Gucken wir nochmal hier. Aber hier war, glaub ich, auch nix mehr. Das haben wir so oft nachgeguckt hier. Nee, hier ist nix. Lass uns zurückgehen, wo wir herkommen. Und dann werden wir in der Story fortfahren. Ich weiß aber eigentlich nicht, wo die letzte Kiste sein soll. Kein Plan, ey. Können wir hier sein, aber hier ist, ja, hier ist nix. Ich darf, ich flieh mal ausnahmsweise, weil du hier mal hier nachgucken wolltest, aber ne. Hier ist auch nix. Alles klar. Hey, two up, danke? Hey, two up, danke? Was hast du das jetzt gerade? Hast du das gesehen? Irgendwie war ich gerade bei meinem Spielstand, wo ich geladen habe. Ganz kurz das Bild von meinem geladenen Spielstand da gerade da. Das war strange. Das war's. so bleiben, bitte. So, einen soll da noch platzmachen als Plärchen. Haben wir alles, ne? Weiter geht's. Ich hab den Level Up mitgenommen. Perfekt. Ja, hier waren wir überall. Ist auch keine Kiste mehr. Also ich weiß nicht, wo die letzte Kiste sein soll. Eine Kiste fehlt mir hier. Kein Plan, wo die hier sein soll. Ist doch oben drauf? Nee. Hier irgendwo? Nee. Kann ich vielleicht irgendwo noch hoch springen? Hab's einfach nicht gecheckt. Nada. Absolut Nada. So, hier die Kiste hatte ich, genau. Ja. Ja, äh... Ja, meine ich, hier, ne? Die, 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 die. Wie auch immer die ist, ich finde die nicht. Leider. Dann schwimmen wir nochmal ein bisschen. Das ist mein Land, also sollte ich den Weg nehmen. Ich hoffe, dass es keine Naturkarte gibt, in Allred. Äh, dahin muss ich, ja. Okay. So, jetzt gucken wir mal, wo wir überall noch... 0,1. Da fehlt uns eine. Da fehlt uns einige. Da fehlen uns ganz viele Kisten. Da haben wir alles. Da im Tempel des Lichts fehlt uns noch was. Da habe ich irgendwas übersehen. In Ferolia fehlt uns noch sauviel. Von den Orten, wo wir waren. In Stachlegelheide fehlt noch eins. Ja, ansonsten waren wir noch nirgendwo. Also hier können wir noch hin. Im Leuchtblütenwald, das ist glaube ich da, wo die Biestbänner sind, ne? Und eben Verscheiterweiler. Allrand, ja. Und dann noch diese, wo wir noch gar nicht waren. Diese Insel, wo wir noch gar nicht waren. Diese Insel, wo wir noch gar nicht waren. Und dann ein paar Inseln, wo wir noch gar nicht waren. Insel, wo wir noch gar nicht waren. Oh, da hinten qualmt es. Seht ihr das? Was sind das? Was ist das? Was ist das? Da, wo es jetzt so qualmt ist, würde mich schon interessieren, wo das ist. Was ist das? Ach, das ist der Vulkan. Der ausgebrochen ist. Insel kann man glaube ich auch nicht mehr zurück, oder? Ne. Kann ja nicht mal andocken. Insel kann man nix mehr machen. Da kann man nix mehr machen. Schade dem. Gut, ähm, jetzt bin ich komplett im Kreis geschwommen. Ha! Nicht dahin, wo ich hin wollte. Oh, was ist das denn für ne Drachen? Das sieht ja geil aus, da mit dem Drachenkopf da. Das ist ja ein Höhleneingang, ne? Das sieht schon geil aus. Da, 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 da. So. Verschneiderweiler Allrand. Schnee! Oh, ich mag es! Es ist kalt! Vor der Banaston! Können wir in der Schnee spielen? Das gefällt mir gar nicht, aber lenkt nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf unsere Gruppe. Wollen wir mal eine neue Rüstung kriegen? Ich glaube eher nicht. Well, lots of wares to browse. Nope. Hm, come again! Well, lots of wares to browse. Hm, come again! Die Läden sind schon seit langem in diesem Klima aktiv. Wir lassen uns von einem Teltabruch nicht unterkriegen. Mö, der Preis steigt immer weiter. Ich sollte lieber meinen Vorrat anlegen. Einen Vorrat anlegen. Okay. So, wir haben hier eine Kiste, die wir finden müssen. Ich glaub, die friert. So kalt! Wie kannst du von einer Schönheit wie mir erwarten? Hier bleiben. Können wir jetzt gehen? Okay. Hm. Das hier ist ein Land der verschneite Weiler. Das Wetter wird von Tag zu Tag rauer. Früher war es hier nicht so kalt. Di-di-di-di-di. Di-di-di-di-di-di. Habt ihr schon gehört, dass auf der Prinzess von Altenia ein Kopfgeld ausgesetzt ist? Wo könnte sie sein? auf der Prinzess von Tag eher von Tag regiert werden? Wie kannst du eine Halter-Gültere Geist und gerade sch infantzen? Ka-kam-bam-bam-bam-bam-bam! BšP Be-b-b-be-be-b-b-b heirat Be-b-b-b-b Stärke-Serum, kommen wir direkt mal einsetzen. Das muss funktionieren! Huch, Papa hat gesagt, dass niemand in die Stadt gelangen kann, weil der Hafen geschlossen ist. Woher kommt ihr dann? Es kommen keine Schiffe mehr. Die Tür ist zu. Wo ist hier die Kiste eigentlich? Hatschi, meine Knochen vertragen die Kälte nicht mehr. Südlich dieses Weiders haben sich monstern in den Frostbeulenfeldern eingenistet. Okay. Der Hafen füllt sich immer weiter mit Eisklumpen. Wer weiß, wann das nächste Türfi überhaupt anlegen kann, wenn das so weitergeht. Wann gibt es Essen? Wann gibt es Essen? Hallo! Hey, hey, Mama, komm her! Ich habe nur das eine Kind, also darf ich ruhig ein bisschen überfürsorglich sein. Ich weiß, das sollte ich nicht tun. Aber ich kann einfach nicht anders, als ihr zu fätscheln. Alles klar. Gut, hier ist sonst nix. Hm, wo ist denn hier eine Kiste? Sag mal. Ich finde, die träge ich gerade die Kiste nicht. Sollen die sein? Es geht auch hier. Nummer drei, manchmal gibt es nicht mehr. Ja, wir müssen mal hin. Da müssen wir hin. Ja, okay. For mir auch. Wo ist die Kiste? Ja, ich sage Fos, die Kiste. Ich glimte. Irgendwo hier muss die Kiste ja sein. Warte mal. Irgendwas haus kann ich nicht laufen. Alles klar. Gucken wir jetzt mal hier bei der Kneipe nach. Da haben wir sie doch. So, haben wir die Kiste und weiter geht's. Und da kommen wir, da müssen wir hin. Alles klar, los geht's. Von der unfassbaren heißen Wüste jetzt ins kalte Frostbeulenfeld. Und die Frostbeulenfelder. Wo es schön schneit. Und gefriert.